Starten! Na los! Fortfahren! Okay, alles läuft und funktioniert. Gut. So soll es sein. Na dann. Und? Ui, was denn da geflogen? Na egal. So, wie? So, wir kommen zurück zu Skyrim. Dem Skyrim Abend Nummer 3. Trägt ihn mit einem Fuss. Schön. Besser kann man nicht starten. Okay, wir haben das Schwert. Wir haben das hier gelootet. Okay. Das haben wir mitgenommen, alles klar. Dann müssen wir nur noch heil hier runter. Und diesem Typen das Schwert geben. Dann haben wir wieder eine Quest abgeschlossen. Schön. So, vorsichtig. So. Okay. Ey. So. Ddu du 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 du. Oh. Hm. Okay, das... Ja, sieht gut aus. Okay. Alles sieht gut aus. Na, was habt ihr gerade gedealt? Ach, das habt ihr also gedealt, okay. So, so. Na, was ist was? Kürzen wir die Zeit ein bisschen ab. So. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Wat? Ach, jetzt geht das Gequatsche wieder los. Das hab ich überhaupt nicht vermisst. Und warum liegt die da noch? Kann das mal einer wegräumen, hä, du? Du hast eh nichts zu tun, dann räum das ab. Die Kälte wird meiner Ernte nicht guttun. Tut sie nie. Ah, da ist der. Es lebt ihr das Gesetz und ihr missachtet mich. Mhm. Missachtet mich und du missachtest mich. So. Ihr habt es gefunden? Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Mhm. Danke. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Oh, schön. Ein Handy verbessert. Nice. Schön. Und tschüss. Okay. Tja, das hätten wir schon mal. Hm. Buchzahnhöhle, okay. Ach, das, okay. Na, es liegt an Spaß. Was haben wir sonst noch hier? Ähm, ja, vom Anfang reden. Wie nehmen wir hier nicht, äh? Reden mit Michael über Canotta. Finden, das steht das Roten Adlers. Äh, Brief davon lassen. Frieden zu lassen. Band Akademie. Redoans Zuflucht. Aventus Aretino. Hm. Mach mir das da mal. Wir müssen trainieren. Trainieren, trainieren. Ich hoffe, alle Eltern sind stolz. Trainieren, trainieren. Trainieren. Wo trainieren? Wo ist denn der? Da drüben. Okay. Hm. Dann gehen wir da hin. So. Na schön. Na, in dieser Runde werden wir jetzt erst mal trainieren, trainieren, trainieren und stärker werden. Oder versuchen es zumindest. Okay, wir müssen da lang. Da lang und dann dort lang. So. Was haben wir denn hier? Nix. Hm. Okay. Wir sind da. Wer bist du denn? Du siehst seltsam aus. Wer bist du? Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Interessant. Eine mit einer Zwergenrüstung. Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Uh. Und? Nein, ich glaube, ich komme klar. Aber danke. Hm. Wann willst du hin? Weißt du, wir können die auch einfach folgen. Das ist kein Problem. So. Okay, da vorne. Was haben wir denn da? Banditen. Willst du etwa da hingehen? Hm. Oder hast du hier vielleicht was? Schade. Keine Notiz. Oder Yes, Tietz. Keins davon. Schade. Hm. Ja, 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 ja. Okay, was gibt es denn hier? Das da. In der Nähe. Was gibt es denn in der Nähe? Ein Riesenlager. Das da drüben. Der geht in diese Richtung. Okay, was gibt es denn hier noch? Da läuft auch noch einer rum. Da ist ja gerade so viel los. Moment. Was bist du für einer? Okay, der greift mich schon mal nicht an. Wer bist du? Ach so. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ja, kein Problem. Wo finde ich diesen Schrein? In den Bergen. Im Nordosten. Ich markiere es auf eurer Karte. Okay, vielen Dank. Haben wir was Neues gelernt? Okay, das ist eine Höhle. Hm. Wahrscheinlich geht er da lang zu dieser Höhle. Sehr wahrscheinlich. Dann bis gleich mal. Ich gehe jetzt erstmal in diese Richtung. Und mache das da drüben. So, Gewicht bis jetzt aus. Hätte ich abladen sollen. Hm. Sollte ich vielleicht auch tun. Oder wird es ausreichen für die Höhle? Sollte nicht allzu groß sein, aber andererseits. Hm. Ich gehe zurück. So. So. Ja, kann ja auch noch was da passiert hier ist. Und vor allem warum das noch keiner aufräumt. Die anderen Lachen sind schon alle weg. Aber das hier. Warum bleibt das noch da? Wer will da noch sein Spaß? So. Das kann weg. Das kann weg. Das. Okay. Schön. Gut. Was haben wir hier? Ah. Das ist da. 20 Kanadsteine. Hoi, hoi, hoi. Ach du Scheiße. So. Und da. So. Und Nummer 3. Was war hier nochmal? Ah, okay. Das vergesse ich immer. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Ich habe auch nicht so viele. Das kann weg. So. 27. Schön. Das behalte ich mal. So. Okay. Das hier noch. Schön. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, meine Tane. Ich vergesse dich immer. So. Notiz. Mein Rodolf. Kontrakt. Rätselhafte Notiz. Okay, rätselhafte Notiz. Was haben wir denn da? Dringe nicht. Ach so, das. Das war's. Okay. Das kann auch rein. So. Nee. Okay, da noch Zutaten und dann haben wir's. So. Und da. Und geschafft, okay. Ja, und dank der neuen Rüstung haben wir jetzt auch wieder mehr Gewicht. Was wir rumschleppen. Naja. Aber dafür haben wir halt dies und das. Und den Rucksack haben wir noch an. Gut. Okay, jetzt kann's weitergehen. Und jetzt ist alles ruhig. Alles tut die. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ich glaube, sie drehen eigentlich irgendwas. Und der alten Festung in der Nähe von Riftron. Mit dem Bauch voller Meth wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Tja, ja. Was runtergefallen. Da musst du aufpassen. Jaja, ich bin mir der Arounder. Der Meister aller Klassen. So, tschüss. Mhm. Eine schöne Stahlrüstung. Geschmiedet auf Stahl. Schön, dass du das erkannt. Okay. Eigentlich wollte ich ja das hier durchsuchen. Aber dann hat mich diese Zwergenrüstung-Heini gestört. Oder abgelenkt. So. Ist irgendwas. Hä? Wo ist denn da eine Truhe? Was? Was? Das ist da. Achso. Interessant. Okay. Der Keller ist ja nicht. Hm. Ja. Irgendwas. Nix. Okay. Hm. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Du-du-du. Hm. So. Du-du-du-du. 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 So. Wieder Blumen pflücken. Die Blumen. Nicht die Blumen, sondern die Blumen. oder Blümen. Was ist denn da los? Sauf Party! Sauf Party! Okay. Ihr habt den lieblichen Honigbräumet noch nie probiert? Nee. Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovengarde. Er ist so süß wie der Kuss seiner holden Jungfer in Sternenheller Nacht. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frost-Troll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt! Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Na schön. Nichts ist besser als den Krug zu heben, um... Nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Ja, danke. Das hoffe ich auch. Ja, das ist aber nett. Tja, dann gute Reise. Ja, das war nett. So. Okay, da haben wir noch was. Das ist vollgestaltet. Was denn da? Ja, was denn da? Was haben wir denn hier? Nur eine Wegmarkierung oder sowas? Okay. So. Das ist direkt hier. Hm. So. Na, dann wollen wir mal das Kopfgeld einstreichen. So. Ach, das ist eine Mine. Okay. Gut, sind wir nochmals zurückgegangen. Hm. Okay, das Legen hat aufgehört. Dankeschön. Und warum bist du leer? Und warum bist du auch leer? Warum? Hm. Okay. Wo sind die ersten Gegner? Ja. Ja, so. Ein Hund ist auch noch hier. Ein Kampfhund. Tschüss. Nice. So. Okay. Schön. Hm. Okay, in dieser Höhle legt es. Das gefällt mir nicht. Das ist keine sympathische Höhle. Zur Akademie, sagt der Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Auf jeden Fall nicht die Akademie des Banditen. Das hat er bestimmt nicht gemeint. Oder vielleicht doch. Je nachdem, wenn er selber einer war. So. Hm. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Hm. So. Das ist leer. Okay. Hm. Na schön, da geht es schon mal weiter. Hm. Schön. Moment. Okay, keine Falle. Gut. Nice. Hm. Okay, das hätten wir. Okay. Da geht es nicht weiter. Okay. Na gut. Dann geht es da weiter. Von da kamen wir. Da drüben ist nichts mehr. Okay. Gut. Tö, 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 tö. Was war mit langweilig? Hm. Ähm. Okay. Trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Habe es satt, um entwaffnet zu werden. Ja, kann ich verstehen. Oh. Lassen wir die Schädelchen. Ne, ich will weiterspielen. Das macht so viel Spaß. Haben wir hier wohl einen Helden? Ne, ne. So, ich will hier ein bisschen weiterspielen. Lass mir. Lass mir nicht verstecken. Ja, doch. Das geht. Das geht schon. So. Und schon hast du mich verloren. Wo seid ihr? Ja, ja, das wüsstest du gerne. Hä? Hehe. Warte, ich komme gleich. Und dann zeige ich, wo ich bin. Ja, ja, von wegen. Also da wurde einer getötet. Der entdeckt einen. Und 20 Sekunden später. Okay, die Luft ist rein. Mhm. Skyrim-Logik. Und jetzt geht einfach der Arbeit nach. Kommt, hol ihn mir im Schlummer. Und mach ihm großen Kummer. Oh, süße, süße Rache. Wie schön ich mir ins Fäustchen lache. Mhm. Mach du mal. Was? So. Mist. Aber jetzt? Ne, dein Kopf gehört mir. Ich bin schon alles. Mhm. Keine Chance, ich finde deinen Kopf. Das ist mir farschen. Dann halt in den Arsch. So. Mhm. Proventus haben wir nicht. Ich weiß denn das. Okay. Nichts Neues. Schade. Hm. Was haben wir hier? Bier, natürlich. Was auch sonst. Okay. Oh. Nice. Nice. Okay. So. Nichts mehr mitnehmen. Ja, was ist das denn? Wie ich glaube, es hakt. Uh. Das nehme ich mit. Okay. Schatzkarte 4. Hm. Okay. Schatzkarte 4. Was haben wir denn da? Mit. Weißlau auf die Mühle. Und dann das herum. Okay. Mach ich gleich mal. Hallo, Killer-Vorzwerg. Schön. Wir haben eine Schatzkarte gefunden. Nice. Okay, das war das. Du, 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 du. Hm, hm, hm. Okay, diese Mühle. Das werden wir gleich mal mitnehmen. So, wo ist denn das? Weißlau ist das? Das müsste diese Mühle sein. Hm, 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 hm. So, okay. So, okay. Mühle. Und dann irgendwo da hinten. Na schön. So, wie sieht's aus? Zweimal hoch. Okay, und dann da rüber. Auf einer Klippe oder sowas. Hm. Äh. Da oben vielleicht. Das da. Oder das. Schauen wir uns jetzt mal hier rum. Und wie sieht das überhaupt aus? Ist das... ...eine Städte zum Graben? Oder ist das eine versteckte Trohe? Okay. Äh. Hmm. Okay. Ist vielleicht auch weiter. Okay. Okay. Ja, hier wohl kaum. Moment, die Mühle ist da. Jetzt sagen wir, und dann so rum. Was ist hier oben? Äh, 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 hm. Wo könnte das sein? Oder soll doch hier mal alles genau ablaufen? Hm, auch feiner Klippe. Das, das sieht es so aus. So. Ja, vielleicht. Hm. Hm. Hmm. Gut, dann muss ich dir wohl alles ablaufen, wie es aussieht. Ja, ich weiß schon, warum ich dir das damals nicht gemacht habe. So. Ich habe es dann damals in die ganzen Bücher und so reingetan und es dann nie mehr herausgeholt. Wo ist denn hier die Mühle? Da. Ah ne, es müsste wohl irgendwo, irgendwo weiter oben sein. Hmm. Weiter oben. Den Berg rauf. Da. Das könnte der Schatz sein. Haben wir den Schatz? Ah komm, lass mich da durch. Ja, sieht so aus. Cool. Wir haben ihn. Den Schatz Nummer 4. Okay. So. So. Ja gut. Äh, Gewicht geht noch. Dann. Also, wir müssen nicht zurück. Na dann. Töne ich voll quatsch in Schnauze. Hm, was auch immer. Nein, Herzmaul. Okay, wo ist denn der? Da drüben. Nichts von dir. Okay, der ist da. Darf ich rein? Gut. Was haben wir denn hier? Irgendwas spezielles zu mitnehmen. Ja, nee. Was kommt später? Da bist du. Ah, stopp, stopp. Ach. Falsch gedrückt. Sicher schon bemerkt habt. Ich diene Jarl Balgru. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Dankeschön. 100 Gold, wow. Genießt euren Besuch in Drachen. Wow. 100 Gold. Na, besser als nix. Und da haben wir auch noch Loot. So. Okay, aber das ist dann die Frage, was machen wir als nächstes? Hm. Hm. Ja, ich glaube, ich weiß, was. Schauen wir mal nach, wo dieser Typ hier hin ist. Dieser Zwergenhaini. Zwergenrüstunghaini. Tö, 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 tö. So. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wiedergelehnt. Mit eurer Hilfe versteht sich. Mhm. Ganz klar. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reif. Ja, ja. Aber noch ist es zu früh. So. Damit ich aber was Besseres jetzt bekommen. Plus eins. 21. 22. Hm. Okay. Da haben wir noch so einiges. So. Okay. Hm. Was jetzt? Ach, stimmt. Ja, 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 ja. Hab's wieder vergessen. So. Dö, da. Du, 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 du. Mal schauen, ob der noch da ist. Oder ob er woanders hingegangen ist. Das müsste diese Höhle da vorne sein. Vielleicht. Hm. Wo ist denn? Wo ist denn das jetzt? Da. Da. Wer ist denn da? Ja, das ist wer anders. Wer bist du denn? Hallo? Maik wünscht euch alles Gute. Schön. Maik liebt die Leute von Himmelsrand. Sie erzählen sich viele interessante Dinge. Schön. Maik hat einmal eine Schlamp. Haben wir gesehen? Mit's Goma, natürlich. Was auch sonst? Was auch sonst? So. Hm. Und wieder sowas mitnehmen hier. Ne, ne, ne. Schnauze. So. Hm. Tja. Diese Höhle da. Da ist noch eins. Okay. Was haben wir denn hier? Hm. Was haben wir denn hier? Okay. Nördlicher Bruchbeinpass. Okay. Schauen wir uns das mal an. Hm. Tuh 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 tuh